Hallo und herzlich willkommen. In der Physik beschäftigt man sich viel mit Bewegungen. Dabei kann sich quasi alles bewegen. Vom einzelnen Atom, über Autos bis hin zu Sternen und sogar ganzen Galaxien. In diesem Video werden wir uns daher allgemein mit der Bewegung der Körper beschäftigen. Dabei wirst du lernen, was eine Bewegung im physikalischen Sinne ist und wie sie mit dem Bezugssystem zusammenhängt. Danach wirst du sehen, welche unterschiedlichen Formen von Bewegung es gibt. Und zum Schluss wirst du lernen, was man unter gleichförmiger und ungleichförmiger Bewegung versteht. Was würdest du antworten, wenn dich jemand fragt, was eine Bewegung ist? Es ist gar nicht so einfach, auf diese Frage eine schnelle und richtige Antwort zu finden. Wenn man etwas genauer darüber nachdenkt, kommt man darauf, dass eine Bewegung ist. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Das war's für heute.